Tor für die Fortuna! Was ist das denn für ein Zaubertor? Da packt er einfach einen aus, aus 22 Metern. John Zimmer, ich werde wahnsinnig. John Zimmer, wirklich John Zimmer. Mit rechts, links oben in den Winkel. Was für ein Zaubertor. Schneller Einwurf von der linken Seite. Der Ball auf Usami, der schüttet schön ab. Legt ihn dann rüber auf die andere Seite. Auf John Zimmer. Der muss erstmal stutten, nimmt den Ball an. Läuft dann zwei Schritte und sagt einfach, ach ist doch egal, ich hau einfach mal drauf. Und der Ball schlägt oben ein, links im Winkel. Lassen Sie sich das nochmal auf der Zunge zergehen. John Zimmer schießt ein solches Monster-Tor und macht hier in der 57. Minute das 2 zu 0 für die Fortuna. Tor für die Fortuna! 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 Tor für die Fortuna!